Wie setze ich mein Shopify-Theme zurück? Vielleicht möchten einige Benutzer das Thema ihres Shops in ihrem Shopify-Konto ändern, aber sie löschen versehentlich einige Teile im Zusammenhang mit der Kodierung, die sie nicht tun sollten oder nicht tun möchten. Shopify hat es seinen Benutzern ermöglicht, gelöschte Codes einfach wieder herzustellen und das Thema ihres Shops zurückzusetzen. Gehen Sie dazu auf die Shopify-Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie nun in der Seitenleiste auf diese Option und rufen Sie den Themenbereich auf. Klicken Sie hier auf das in Shopify angewendete Thema und klicken Sie auf die drei Punkte davor. Geben Sie den Kodierungsabschnitt ein. Hier können Sie sehen, dass Sie alle verschiedenen Teile des Systems durch Kodierung ändern können. Wenn Sie beispielsweise diesen Teil des Codes versehentlich löschen und auf die Speicheroption klicken, machen Sie sich keine Sorgen, Shopify speichert die letzten Änderungen an diesem Teil. Klicken Sie darauf und klicken Sie auf die neuesten Änderungen. Wie Sie sehen können, werden die Codes für den gelöschten Abschnitt wiederhergestellt. Klicken Sie dann zum Speichern auf die grüne Option, aber denken Sie daran, dass dies nur dann gilt, wenn Sie es manuell tun und eingeben, die Hasi kopieren es nicht und fügen es ein. Wenn Sie es kopieren und einfügen, ist diese Möglichkeit in Shopify nicht mehr verfügbar. Um dies zu verhindern, kehren Sie zum Abschnitt zurück. Klicken Sie auf die Option mit den drei Punkten und erstellen Sie eine Kopie dieses Themas für sich. Wenn nun die Codes für das Hauptthema durcheinander geraten oder Sie die Codes kopieren und einfügen und es Ihnen nicht gefällt, können Sie die Kopie verwenden, die die ursprünglichen Codes dieses Themas enthält, und das Shopify-Thema zurücksetzen. Bitte liken und Kanal abonnieren.